Untertitelung des ZDF, 2020 Und warum sitze ich dann hier im Tonstudio und spreche einen Text ein? Komm schon, Dark, du faule Socke. Wir müssen hier wichtige Dinge erklären. Also, nicht nur die Battledore macht Urlaub auf Paradies 4, sondern auch die Crew hinter den Kulissen hat eine kleine Pause eingelegt. Leute, wäre das jetzt ein Meta-Witz? Das ist aber ganz schön tompisiert. LJ, das ist ganz einfach. Sie wollen sagen, du als LJ machst Urlaub. Und du als Sprecher von LJ eben auch. Nur wenn du als Sprecher jetzt ein Video darüber aufnimmst, dass du gerade Urlaub machst, machst du technisch gesehen natürlich keinen Urlaub mehr. Tschüss, Urlaub! Super erklärt, Dark. Das war natürlich viel verständlicher als vorher. Dürfte ich mal fortfahren? Aber sicher doch. Wohin? Hahaha. Haha. Ihr seid Comedy Gold. Also, normalerweise antworten wir ja ziemlich schnell auf Kommentare. Nur jetzt, da wir Urlaub machen, kann es mit den Antworten ein bisschen länger dauern. Wundert euch darum bitte nicht. Sagt mal, was sind das denn für Bilder, die hier über den Schirm flattern? Das sind doch Bilder von unserem Urlaub an der Küste, du Gurke. Aber warum werden unsere Figuren nicht beim Diskutieren gezeigt? Weil wir hier zwischen Tür und Angel ein Video produzieren und keine Zeit dafür haben, ein Set aufzubauen und auszuleuchten. Wir sind faul. Lola, jetzt musst du nur noch erklären, warum wir dieses Video gemacht haben. Hatten wir über unseren Urlaub nicht schon im letzten Video in den Kommentaren informiert? Ja, hatten wir. Na und? Leider hat YouTube unseren Kommentar gelöscht. Unseren eigenen Kommentar unter unserem eigenen Video? Sachen gibt's. Und damit es besonders frustrierend wird, wurden gleich jede Menge andere Kommentare von Zuschauern mitgelöscht. Darum bitte Lauscher aufgesperrt. Wir haben die Kommentare nicht gelöscht. Wir freuen uns über jeden, der uns schreibt. Nur leider scheint der Algorithmus von YouTube zu spinnen. Ich verdächtige Axel de Vee-Man. Wo ist der Schauke? Dem mach ich Platz. Ganz ruhig, Dark. Sonst stehen wir vor der nächsten Löschung. Ich mach jetzt los. Ich hab nämlich Ferien. Ich auch. Ja, genau. Und ich erst. Nur Josephine Delvaux. Die kann jetzt im Urlaub den Stift schwingen und neue Folgen für die Bessel durchschreiben. Bis dahin. Tschüss. Elvis hat das Gebäude verlassen. Bis dahin.